Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, in Übung 4 zu unserem Thema ist Aluminium eine Gefahr für unsere Gesundheit. Üben bzw. wiederholen wir auf der Seite 1 die Präpositionen. Das ist ein wirklich schwieriges Kapitel der deutschen Grammatik, weil wir sehr viele Präpositionen haben. Und zum Zweiten, weil sich nach der Präposition auch der Kasus richtet. So nun sind Sie an der Reihe. Bitte ergänzen Sie die richtige Präposition von Nummer 1 bis Nummer 9. Ich werde Ihnen im Beschreibungsteil des Videos die Lösung nachliefern. Aber bitte versuchen Sie es erst allein. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und sage Tschüss, bis zur nächsten Minute.